Schönen guten Abend. Ich saß eben noch auf einem Kaffee nebenan im Restaurant und dann saß ein Herr bei mir am Tisch, der fragte mich, ob denn auch immer die Linken kommen würden. Und dann ist mir das so durch den Kopf gegangen, habe ich gedacht, gegen richtige Linke, so gegen Altkommunisten hast du gar nichts. Mit denen kannst du wenigstens diskutieren. Also mit echten Altlinken kann man diskutieren mit Sozialisten, die haben nämlich eine Theorie der Gesellschaft, die mag zwar falsch sein, die lassen sich aber auf Diskussionen ein. Nur heutzutage, was sich als gut und als liberal, ich meine liberal ist ja auch ein missbrauchter Begriff, was sich heutzutage dem liberalen Mainstream zugehörig fühlt, mit dem kann man oft nicht diskutieren. Und das ist schade. Und das ist schade auch für unser Land, dass dieses Klima der Diskussion verloren gegangen ist. Und ich möchte heute Abend etwas einsteigen in Globalisierung, Geopolitik in tiefe Hintergründe. Also es ist kein übliches Investmentseminar, schwierige Themen. Es kann sein, dass der ein oder andere erstmal stutzt, weil es wirklich tiefe Themen sind. Und dann lassen Sie es vielleicht ein bisschen reifen und im zweiten Teil kommen wir dann zu den Investmentthemen. Deutschland im Spannungsfeld von Globalisierung und Geopolitik. Ich möchte einige Hintergründe beleuchten, bevor wir dann zu den Investmentthemen kommen. Das Jahr war hervorragend für uns. Ein kurzer Rückblick auf unseren Investmenterfolg. Wir stehen immer noch mit einigen Prozent im Plus, während DAX und Dow Jones und MSCI und Eurostox, seit vor allem MSCI und Eurostox, 15 Prozent hinten liegen. Wir drei Prozent vorne. MSCI, S&P liegen auch etwas hinten. Also das Jahr war sehr gut, obwohl es für uns, obwohl es für die Börse nicht so gut war. Deutschland und die Geopolitik als zweites Thema. Dann befinden wir uns in der Investmentphase im Investmentuniversum und was machen wir? Das sind so die vier Themen. Ich habe viel Stoff mitgebracht und wir haben uns einiges vorgenommen. Da möchte ich dann auch mit Ihnen hoffentlich durchkommen. Es ist ein Jahr vieler Jubiläen. Seit einem Jahr sind wir lizenziertes Finanzdienstleistungsinstitut bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Das war notwendig, weil das Finanzberatungsgeschäft genehmigungspflichtig wurde im Zuge der Finanzkrise. Also ich dürfte Ihnen nicht mehr sagen, kaufen Sie Aktie ABC und dafür ein Honorar von Ihnen verlangen. Denn selbst wenn wir zwei souveräne Individuen sind, die glauben zu wissen, was sie tun. Und selbst wenn ich dafür ökonomisch hafte für den Schaden, geht das nicht. Das wäre eine Straftat. Das versteckt sich hinter BaFin, Mifid und so weiter. Das heißt, wir brauchen jetzt einen irrsinnigen Compliance-Apparat. Wir geben bestimmt 100.000 Euro im Jahr, was für eine kleine Firma nicht wenig ist, aus an Anwalts- und Aufsichtskosten. Ob dadurch die Sicherheit höher wird, wage ich zu bezweifeln. Die Finanzbranche hat dieses Ganze umgedreht. Im Prinzip wahnsinnige Bürokratie, macht die Wertpapier-Einzelberatung bei den Sparkassen unglaublich schwierig. Und bei den Volksbanken, viele machen es gar nicht mehr, weil es sich nicht mehr lohnt. Diese Bürokratie belastet den Kleinen, macht Geschäfte unmöglich, die eigentlich völlig unschädlich sind. Und die großen Zocker können weitermachen. Also es ist im Prinzip umgedreht worden von der Lobby als ein Instrument nun gegen die Verbreitung der Aktie und für die Breite. Ich habe unsere Partner dabei von Fond Discount, wo Sie den Fond ohne Ausgabeaufschlag erwerben können. Und ich habe Herrn Wagner von Frühpartner dabei, mit wo ich auch Gesellschafter bin und im Aufsichtsrat bin, wo wir langjährig zusammenarbeiten in der Vermögensverwaltung. Die Partner sind hier, stehen Ihnen auch Rede und Antwort in der Pause. Dann seit zwei Jahren unseren Hedgefonds, unseren AIF, den wir mittlerweile auch für Privatanleger geöffnet haben, aber in Lichtenstein, der eine sehr günstige Gebührungsstruktur hat. Der Max-Order-Vermögensbildungsfonds, der eben bei Fond Discounts zu erwerben ist, seit fünf Jahren. Der PI Global Value, seit zehn Jahren. Seit 15 Jahren das Institut für Vermögensentwicklung, seit 20 Jahren bin ich mit meinem Finanzinformationsdienst am Markt und seit 35 Jahren halte ich Aktien. Also schon eine ganze Weile und ganz viele Jubiläen. Neu sind gerade, eins kommt jetzt und eins ist gerade gekommen, zwei Bücher von mir, die Finanzmärkte und die ökonomische Selbstbehauptung Europas. Ein eher ein Fachbuch, in dem meine gesammelten Fachaufsätze der letzten zehn Jahre sind. Nicht für jedermann, aber ich wollte es mal gerne zeigen und nachdenken für Deutschland, was ich zusammen mit Erika Steinbach gemacht habe und 25 weiteren engagierten Autoren, größtenteils Professoren, wo wir uns über verschiedene Themen dieses Landes Gedanken machen. Kommt am 15. Dezember, eignet sich also auch noch als Weihnachtsgeschenk. Das ist der Verlauf der Fonds und der Max-Otter-Vermögensbildungsfonds, der PI, laufen ziemlich parallel, weil sie jetzt ziemlich die gleichen Titel drin haben. Sie sehen es, wir sind noch leicht im Plus übers Jahr. Die Korrektur war auch relativ verhalten jetzt, weil wir Liquidität hatten. Und hier ist der StocksEurope, der ist 10% im Minus, der DAX ist über 15% im Minus. Der MSCI World ist ganz knapp Plus Minus Null. Also da sind wir vor den großen Indizes, was uns natürlich freut. Wird nicht jedes Jahr so sein, aber hoffentlich in den meisten Jahren. Über zwölf Monate sehen Sie es hier nochmal. Und hier sehen Sie es langfristig. Langfristig, seit Auflegung im März 08, 130%, 131% macht ungefähr 8,4% per annum. Und eben diese 130% Wertsteigerung in den 10 Jahren. Hier war die Finanzkrise. Danach ging es sehr schön hoch. Hier immer keine Pause. Euro-Krise, da ging es hoch. Hier haben wir eine Zwischendelle gehabt. Und jetzt geht es wieder sehr schön weiter. Also trotz Krisen kann man Geld verdienen am Markt und das wollen wir auch weiter tun. Ja, die Welt ist in Unruhe und darüber wollen wir sprechen. Theresa May hat ihr Brexit-Abkommen durchbekommen. Herr Trump macht weiter. Frau Merkel macht weiter. Herr Macron macht weiter, wenn auch lädiert. Hier haben wir neue Gesichter am Polithorizont. Salvini, Weidel, Gauland. Also da ist einiges in Bewegung und darüber möchte ich sprechen, über die politischen Hintergründe. Ich fange an mit der Aktion Unwort des Jahres, weil wir eine wirkliche Vergiftung der politischen Debatte in Deutschland haben. Und das sind nicht nur die Populisten. Es ist im Gegenteil zum Beispiel der unqualifizierte Gebrauch des Wortes Populismus. Das Wort Populismus gab es zwar schon immer, aber in dieser Menge ist es erst und in dieser Massivität und in dieser Breite wird es erst seit einigen Jahren verwendet und ganz besonders seit zwei, drei Jahren. Und es gibt eine Aktion Unwort des Jahres. Das sind Professorenkollegen in Mannheim. Und das war früher eine klassisch sozialdemokratische Veranstaltung. Also sowas wie Herdprämie, Humankapital, Kollateralschaden, Entlassungsproduktivität. Das wurde als Unwörter des Jahres, wurden die gekürt, von der Jury aus Vorschlägen ausgewählt und dann als Unwort des Jahres dargestellt. Und jetzt in den letzten Jahren geht es sehr stark in eine Richtung, dass bestimmte Begriffe als Unwörter des Jahres dargestellt werden mit einem klaren politischen Ziel. Und mit Begriffen kann man Denken steuern. Dieser Herr, vielleicht bekannt, ist George Orwell, der sein Buch 1984, als er schrieb, zunächst nicht veröffentlicht bekam, weil es zu heiß war. Er wollte keinen Verlag machen. Also auch diese Dinge gab es früher schon. Es hat eine Weile gedauert, bis er einen Verlag gefunden hat. Wer das Denken, wer die Sprache beherrscht, beherrscht das Denken. Und wer das Denken beherrscht, herrscht. So und dann haben wir eben neuere Unwörter und die gehen jetzt in diese Richtung. Lügenpresse, Volksverräter, Gutmensch. Diese beiden, die kann man ja in gewisser Weise noch verstehen. Die sind auch im Nationalsozialismus verwendet worden. Wobei alles, was im Nationalsozialismus verwendet wurde, wenn wir das Kriterium anwenden, dann müssten wir vor allem Hetze auch zum Unwort machen. Denn Josef Goebbels und Reinhard Heidrich sprachen besonders bei Sozialdemokraten und bei Kirchenleuten sehr gerne von üblen Hetzern gegen unsere Idee. Also auch das wurde im Nationalsozialismus massiv missbraucht. Von daher ist das schon die Auswahl bezeichnend. Da möchte ich auch gar nicht weiter darauf eingehen. Wir haben ja ein neues Wort für Lügenpresse, das heißt Fake News und Fake Media. Und da es vom amerikanischen Präsidenten kommt, kann man es auch nicht so schnell aus der Diskussion weg diskutieren. Gutmensch war auch Unwort des Jahres. Und Gutmensch ist nun wirklich ein manipulativer Eingriff, weil dieses Wort letztlich besagt, da ist ein Gesinnungsethiker am Werk und kein Verantwortungsethiker. Beides sind legitime Kategorien. Der Gesinnungsethiker sagt, ich will das Gute, also kommt irgendwann das Gute raus. Ich habe eine reine Gesinnung. Also das einfache, schlichte Gemüt. Der Verantwortungsethiker sagt, die Welt ist kompliziert, vielleicht muss ich auch erstmal das Schlechte machen, muss mit den Konsequenzen rechnen oder etwas Schwieriges tun, damit am Ende das Gute rauskommt. Und mit Gutmensch hat man früher eigentlich den Gesinnungsethiker bezeichnet. Jemand, der das Gute will und an das Gute glaubt und schlicht und einfach das Gute macht. Und das Wort will man uns auch ausreden. Dann gibt es weitere Wörter, die gerne gegen die neuen Kräfte im Lande oder gegen bestimmte Begriffe und Kräfte eingebracht werden. Querfront, also links und rechts tun sich zusammen, was ganz Schlimmes. Verschwörungstheorie, da gehe ich gleich noch drauf ein. Auch ein solch diffamierender Begriff. Und Populismus, mit dem ich anfing. Gucken wir mal, Verschwörungstheorie. Auch dieser Begriff hat eine erstaunliche Karriere gemacht. Früher wurde das ganz selten mal verwendet, im Zusammenhang mit Leuten, die das Kennedy-Attentat anzweifelten und sonst ganz selten. Heutzutage ist alles, was üble geopolitische Machenschaften und, sagen wir mal, brutale Machtpolitik von Politikern und Außenpolitikern bezeichnet, sehr schnell Verschwörungstheorie. Und da möchte ich ein bisschen die Augen öffnen, auch wenn ich vielleicht den einen oder anderen erst mal etwas verwirre oder vor den Kopf stoße. Der Begriff Verschwörungstheorie kommt heute so oft, dass er zum Teil schon als Entschuldigung vorgebracht wird. Ich will ja keine Verschwörungstheorie vortragen, aber. Das ist natürlich schon mal ein Zeichen dafür, dass dieser Begriff sich tief in das Denken eingefressen hat und unser Denken steuert. Der Begriff Verschwörungstheorie in seiner jetzigen Form und seinem jetzigen massiven Gebrauch ist 50 Jahre alt und hat eine massive Karriere gemacht. Hier sehen Sie einen Artikel von heise.de, einem hochseriösen, eher linksliberalen Portal oder linken Portal. Und im Dokument 1035-960 hat die CIA 1967 die Botschaften und auch die Auslandsvertretungen angewiesen, das Wort Verschwörungstheorie doch möglichst häufig zu verwenden gegenüber Menschen, die die offizielle Version am Kennedy-Attentat anzweifeln, um sie somit zu diffamieren. Und seitdem ist dieses Wort natürlich viel weiter und mittlerweile wird es fast für alles verwendet, was ziemlich zynische oder brutale geopolitische Machtpolitik betrifft. Das ist dann alles sehr schnell Verschwörungstheorie. Wenn Sie so wollen, war das der erste Verschwörungstheoretiker. Das ist der Herr Thukidides. Thukidides war athenischer General im Peloponnesischen Krieg, ungefähr 430 vor Christus, als Sparta und Athen sich mehrere Jahrzehnte bekriegten, Bruderkrieg, Sparta obsiegte, völlig erschöpft. Thukidides war General, ist in die Verbannung geschickt worden und hat dort sein großes Werk, der Peloponnesische Krieg, geschrieben. Für mich das erste moderne Werk der Politikwissenschaft, weil er nicht nur erzählt, was war, sondern auch, was die Motive der Akteure waren und wie die Akteure versucht haben, diese Motive propagandistisch zu verkaufen. Das sind dann die melischen Dialoge. Und Thukidides hat das schön in einem Satz zusammengefasst, wie er die internationale Politik sieht. Die Starken machen, was sie wollen, und die Schwachen erleiden, was sie müssen. Das hat er geschrieben in der Verbannung. Athen wollte ihn nicht mehr als General. In der Verbannung werden dann die Gedanken anscheinend sehr klar. Ja, jetzt geht es weiter mit der Sprachsteuerung. Herr Voskohle, den ich lange Zeit für einen intelligenten Mann hielt, massiv in die Debatte eingegriffen. Verbal-Auswüchse wie Asyltourismus, Herrschaft des Unrechts und Anti-Abschiebe-Industrie findet Kost-Voskohle inakzeptabel. Unser Bundesverfassungsrichter greift in den politischen Dialog ein und kontraproduktiv. Eine solche Rhetorik, sagt er in einem Interview zum Populismus, politischer Korrektheit und Flüchtlingspolitik, möchte Assoziationen zum NS-Unrechtsstaat wecken, die völlig abwegig sind. Herrschaft des Unrechts heißt ein Buch des von mir sehr geschätzten Verfassungsrechtlers Ulrich Vosgerau. Er war eigentlich jetzt dran mit einer C1-Professur an der Uni Köln. Ein brillanter Mann. Aber natürlich, wer solche Dinge schreibt, kriegt keine C1-Professur. Und er hat es sehr gut begründet. Neues Buch von Vosgerau, Herrschaft des Unrechts. Und wer sagte das? Ein führender Politiker in der Asylkrise. Jetzt müsse man die Moral über das Recht stellen. Hegelianisch gedacht, staatsrechtlich gedacht, ist das Recht Moral. Und zwar die höchste Form von Moral. In Paragrafen gegossene Moral. Das ist die Art und Weise, wie wir unsere Moral operationalisierbar machen. Sondern kann ich nicht irgendeinen Moment- und Augenblicksmoral über das Recht stellen. Damit schaffe ich tatsächlich den Rechtsstaat in gewisser Weise ab. Seehofer hat sie auch gewehrt. Zahm. Jetzt findet er ja auch den Asylpakt-Klasse. Die jüngste Kritik von Herrn Vosgeruhl halte ich für unangemessen. Weil der Präsident eines solchen Gerichts nicht Sprachpolizei sein sollte. Also das ist ein Niveau der Debatte von allen Seiten. Das ich mir vor 10 Jahren noch nicht hätte vorstellen können. Muss ich wirklich sagen. Wenn man weiß, dass die Richter am Bundesverfassungsgericht proportional besetzte politische Beamte, sind, in den USA wettert man drüber und empört sich über Herrn Kavanagh. Zumindest auf gewisser Seite hier. Das sind alles politische Beamte. Die werden schön nach Proporz reingewählt. Und das war es dann. Dann sieht man das etwas anders. Und das Bundesverfassungsgericht, da ruhten ja hohe Hoffnungen auch drauf in der Euro-Krise. Ich habe damals schon gesagt, ein Bundesverfassungsgericht wird sich nicht, wenn ein Bundestag irgendetwas abwinkt in 20 Minuten, wird sich das Bundesverfassungsgericht nicht dagegenstellen. Das wäre die Rechts... Da sind wir zu rechtsgläubig, wir Deutschen. Das wäre auch die Institution überfordern. Es wird vielleicht etwas korrigierend eingreifen, aber es wird nicht solche Beschlüsse des Bundestags umwerfen. Dann hätten wir eine Verfassungskrise. Also so wird Recht dann auch verändert. Und dann schreibt Herr Voskuhle, ein Populist ist ein Gegner der Demokratie. Ja, was ist ein Populist? Ein Populist ist erstmal derjenige, der das Volksempfinden ausdrückt. Und einfache, vereinfachende Formeln finden Sie überall. Die finden Sie nicht nur auf einer Seite. Aber dieser Begriff ist ja vor allem auf eine Seite gemünzt. Demgegenüber zum Thema Meinungsfreiheit Paul Seete, der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder einer der Gründungsherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten. Tja, wie demokratisch sind wir denn noch? Es gibt dieses klassische, manchmal lohnt es ja ein Blick auf die alten Philosophen und in die Geschichtsschreibung. Es gibt dieses alte Staatsformenschema von Polybius. Cicero hat es aufgegriffen, auch Aristoteles. Monarchie, Herrschaft einer, Aristokratie, Herrschaft einige, Demokratie, Herrschaft alle. Aber das Spannende dabei ist, dass beides eine Licht- und eine Schattenseite hat. Die Monarchie kann kippen in die Tyrannis. Das ist eine Monarchie, die kann auch ganz gut funktionieren. Eine Aristokratie, eine Herrschaft der Edlen, kann auch eine Zeit lang funktionieren. Sie kann aber kippen in die Oligarchie. Und die Demokratie kann eben kippen in die Ochlokratie, den völligen Verfall. Als konservativer Mensch, aus der ich mich bezeichne oder der ich glaube zu sein, sieht man eben die duale Natur des Menschen. In uns Menschen ist Gut und Böse drin. Und eine Regierungsform, auch eine Demokratie, ist keine Garantie dafür, dass diese Regierungsform gut ist, sondern sie kann kippen. Sie kann kippen, wie sie 1933 gekippt ist, als einige wenige Klauseln im Gesetz geändert wurden. Und schon hatten wir aus einer Demokratie eine Diktatur gemacht. Also das ist eine ständige Aufgabe, die Demokratie zu verteidigen, auch im offenen Dialog, auch in der Debatte. Herrschaftsformen. Max Weber, berühmter deutscher Soziologe, unterscheidet zwischen traditionalen, bürokratischen und charismatischen Herrschaftsformen. Traditional sind geerbte Familienunternehmen oder eben die Monarchie. Die ist konservativ, sie ist autoritär, sie ist oft auch mit gewissen Regeln gebunden. Also durchaus stabil, auch nicht unbedingt willkürlich. Die bürokratische ist natürlich sehr stark an Regeln gebunden, sehr transparent, dafür sehr langsam. Die charismatische beruht auf Zustimmung. Wenn wir jetzt von direkter Demokratie sprechen, das kann gut sein, kann aber auch nicht. Die charismatische Herrschaftsform ist sehr schnell. Ja, ich muss ständig mir die Zustimmung holen. Es gibt wenige Regeln, die Dinge werden schnell umgeschmissen, sie kann auch zur Paranoia neigen, weil man sie ständig beweisen muss. Also das ist auch kein Allheilmittel, dass man ständig um Zustimmung bittet. Also irgendwo muss da ein Mittelweg gefunden werden. Die goldene Mitte ist wahrscheinlich das Beste, was die Staats- und Regierungsformen angeht. Also ein bisschen Bürokratie, ein bisschen Tradition, ein bisschen Charisma, dann könnte es klappen. Thorsten Schulte mit seinem Buch Kontrollverlust, wo offensichtlich die Bestsellerlisten manipuliert wurden, wo auch die großen Buchhandelsketten dieses Buch nicht mehr vorne auslegen, sondern nur noch auf Nachfrage herausgeben. Dasselbe bei Finis Germania von Rolf-Peter Siefüller, einem hoch anerkannten Wirtschaftssoziologen. Das Buch ist ja nachweislich, dann ist die Bestsellerliste manipuliert worden. Das war ja kurz auf einer Liste drauf. Mein Freund Markus Gärtner, der jetzt Chefredakteur bei mir geworden ist, war 30 Jahre freier Redakteur für ARD und ZDF. Zuerst für den Bayerischen Rundfunk, war mit mir der Konrad-Adenauer-Stiftung, ist dann nach Asien in den 90ern noch, weil er zu den Tiger starten wollte, war in Malaysien. China war dann der Asien-Korrespondent in der Finanzkrise, ist dann nach Kanada zurück, vor drei Tausende von Beiträgen für ARD und ZDF. Vor vier, fünf, drei, vier Jahren hat er angefangen, ein bisschen nachzudenken, ein paar Dinge zu schreiben, die nicht so ganz gefällig waren. Seitdem arbeitet er nicht mehr für ARD und ZDF, hat dieses Buch geschrieben. Aber das dürfen wir nicht mehr sagen, also nehmen wir es wieder weg. Also da wird schon massiv manipuliert. Und wenn Sie ein Buch haben wollen, was über jeden Zweifel erhaben ist, dann nehmen Sie Uwe Krüger, Mainstream bei CH Beck, 2014 im Zuge der Ukraine-Krise erschienen. Da hat er die Berichterstattung in den Medien, wir haben ja gerade Koch das ja wieder hoch mit der Ukraine-Krise. Ich habe jetzt, gestern, zum ersten Mal einen halbwegs objektiven Artikel in der Süddeutschen Zeitung gesehen, wo drin stand, ja, diese Sache könnte ja auch geplant sein und sie hilft Poroschenko. Und Poroschenko hätte am liebsten das Kriegsrecht verhängt auf unbefristete Zeit, damit er die Wahlen verschieben kann. Und das Parlament hat gesagt, nein, nur einen Monat Kriegsrecht und im März sind Wahlen. Also das Parlament hat Poroschenko in die Schranken gewiesen. Das war mit Sicherheit, sicher ist gar nichts, aber meine Analyse würde mir sagen, die Story stimmt, Poroschenko wollte das provozieren und wollte damit, und wie sofort die Bundesregierung, Frankreich, auch Amerika sich dann auf die Seite der Ukraine gestellt haben, war schon spannend. Also es war gefährlich, hatte eine Weile Angst, mittlerweile scheint die Berichterstattung wieder etwas objektiver zu werden. So, und der Uwe Krüger untersucht das im Zuge der ersten Ukraine-Krise. Er ist eher sozialdemokratisch angehaucht, ein junger Medienwissenschaftler an der Uni Leipzig und schreibt das sehr nüchtern und sehr kompakt und sehr gut. Und Uwe Krüger hat dieses Buch 2014 geschrieben. Ich glaube nicht, dass er mit seinen Thesen heute noch bei Beck veröffentlicht würde, weil die Meinungsfreiheit sich in diesen vier Jahren nochmal deutlich eingeengt hat. Deutlich. Also wir sind wirklich auf einer extremen Zuspitzung. Das sieht man an Sarrazin, das erfolgreichste Buch vielleicht, was die DVA gemacht hat in den letzten zehn Jahren. Das neue Buch, Feindliche Übernahme, durfte er dort nicht mehr machen, obwohl er deren Starautor par excellence ist. DVA hat abgelehnt. Sarrazin, man mag zu ihm stehen, wie man will. Ich habe ihn ja auf dem Hambacher Fest eingeladen. Er ist ein nüchterner Faktenmensch. Ziemlich knochentrocken, wenn man ihn reden hört. Er bringt Fakten, Fakten, Fakten. Man kann damit argumentieren, man muss nicht einverstanden sein. Aber ein Debattenbeitrag ist es allemal. Und dass dann ein Verlag so etwas nicht veröffentlicht, das ist schon erstaunlich. Mein Verlag, Econ, hat mir auch gesagt, mein Verleger, du hast zwar das erfolgreichste Buch für mich gemacht, was ich hier gemacht habe, im Moment kann ich mit dir nichts machen. So weit sind wir. Ich will das nun mal so sagen. So, und dann ist das Totschweigen ja auch eine Methode. Also nach kurzer Aufregung Totschweigen. Und damit das Buch weg vom Fenster. Eine neue Qualität hat das Ganze ja im Zuge von Chemnitz erreicht. Und da kann man auch zu stehen, wie man will. Ich habe dieses kurze Video der Antifa-Zeckenbiss natürlich gesehen. Also dass die Staatsmedien ein solches Video in hundertfacher, tausendfacher Form übernehmen und als Fakt da reinschwimmen, wo ein paar Männer, zwei, drei Leute, zwei, drei andere Leute über eine ganz kurze Sequenz verfolgen, was auch immer das war. Zu Schaden gekommen ist keiner, es sind keine Menschenmassen. Das kann man interpretieren, wie man will. Herr Maasen hat gesagt, nach unseren Erkenntnissen gab es keine Menschenjagden in Chemnitz. Das hat er gesagt. So. Und eine riesige Aufregung. Dahinter steckt aber was anderes. Ich meine, der Mann ist promoverter Jurist. Und wie hieß er denn? Der RAF-Anwalt. Otto Schilly hieß er, glaube ich. Otto Schilly hat mal gesagt, das sei einer der besten Beamten, die er gehabt hätte. Von Otto Schilly kann man ja auch geteilter Meinung sein. Aber das hat er zumindest über Maaßen gesagt. Und der Hintergrund ist natürlich ein anderer. Und als ich vor einer Woche geschaut habe, war seine letzte Rede noch auf der Webseite des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Schauen Sie mal, ob sie noch da ist. Sehr offen, sehr nüchtern, sehr klar. Der Hintergrund ist, dass man ihn natürlich loswerden möchte, weil man die Alternative für Deutschland beobachten möchte und befürchtet, dass er da nicht mitspielt. Und weil das anscheinend das letzte Mittel ist, was Leute bei hochpromovierten, ich meine, wenn Sie überlegen, die Parteiführung, ich bin ja CDU-Mitglied. Sie wissen, dass ich da durchaus eine Brückenfunktion habe. Ich bleibe auch in der CDU, solange man mich da lässt. Heute hat man übrigens gesagt, dies sei der erste Parteitag, auf dem aus Sicherheitsgründen nicht alle CDU-Mitglieder, die sich anmelden, teilnehmen können. Und ich dürfte auch nicht teilnehmen. Tja, so geht das mit dem Kontrollstaat weiter. Und dass irgendwas aus dem Ruder läuft, meine Damen und Herren, in diesem Land und auf der Welt, das habe ich vor ziemlich genau zehn Jahren gemerkt. Vor der Finanzkrise, beim Gipfel in Heiligendamm. Als ich mir gesagt habe, da kommen acht Staatenlenker zusammen und tausende Sicherheitskräfte werden zusammengezogen. Es werden Gullideckel verschweißt, es werden Zäune gebaut, damit diese neue Funktionärselite sich abschirmt vom Volk. Das gab es früher in der Bundesrepublik nicht. Chris Hoppe, ein Freund von mir, auch Konstipendiat in der Adenauer Stiftung, war Redeschreiber bei Kohl. Und er sagt, naja, wenn wir Wahlkampf hatten mit dem Kanzler Kohl, dann sind wir zu dritt gewesen. Kohl, ich und ein BGS-Mann. Und dann sind wir in den Helikopter gestiegen und dann sind wir halt zu dritt durchs Land geschippert. So war das mal in der alten Bundesrepublik. Eine Vertrauenskultur, eine Kultur der Rechtssicherheit, der Sicherheit, die haben wir ja nicht mehr. Wir sollen verängstigt, verunsichert werden, weil dann natürlich leichtes Spiel zu machen ist. Ich habe Herrn Dr. Maaßen angeschrieben, habe ihm gesagt, wir würden ihm gerne einen mit 10.000 Euro dotierten Preis für Zivilcourage verleihen. Aber ich hatte nur die Adresse vom Verfassungsschutz, mal sehen, ob er antwortet. Dieses Bild zeige ich seit 2014, weil mir seit dieser Zeit wirklich, weil ich mir ernsthaft Sorgen mache um den Zustand der Welt. Und ich habe dann, kam immer was dazu, immer weitere, so kam ja irgendwann die Türkei dazu, 2015. Und dann habe ich gefragt, 2015 im Sommer, wer ist der Nächste? Und ich hätte eigentlich fragen sollen, was ist das Nächste? Das war das Nächste. Jetzt sehen Sie hier ein Buch, Massenmigration als Waffe, im Achtur-Liebe-Zeit-Kopfverlag. Meine Damen und Herren, dieses Buch ist von der Professorin Kelly Greenhill geschrieben worden. Und Frau Professorin Greenhill hat es in den USA bei der Cornell University Press veröffentlicht. Die Cornell University Press ist eine der fünf angesehensten Hochschulverlage in Amerika. Warum in aller Welt wird dieses Buch in Deutschland nur von Kopf veröffentlicht und sonst von niemandem? Vielleicht, weil es nicht so in die Landschaft passt. Also damit hat er sich nicht nur damit um die Meinungsfreiheit wirklich verdient gemacht. Und es setzen ihm, er bekommt Boykotte im Buchhandel, wie ich jetzt ja auch gesagt bekommen habe durch die Blume, ein neues Buch gibt es nicht, zumindest nicht in dem Verlag. Also wir sind schon in ganz spannenden Zeiten. Natürlich gibt es da auch Esoterik und so weiter, aber das gibt es in anderen Verlagen auch. Sein Verlag für Verschwörungstheoretiker, da ist es wieder. Da schreiben solche ganz fürchterlichen Verschwörungstheoretiker wie der amerikanische Chefdecker Spick Brzezinski, der der Denker neben Henry Kissinger der amerikanischen Außenpolitik mit die einzige Welt macht. Auch das, kein anderer Verlag hat es veröffentlicht, Kopp hat es veröffentlicht. Also klar, wenn man das so definiert, dann ist das so. Aber dann sehen Sie, was die Medien machen. Grenzsicherung, die Zeit, wie ahnungslos kluge Leute doch sein können. Über Rüdiger Safranski und Peter Sloterdijk, das grenzt dann Verleumdung. Kritisieren die Regierung und verlangen eine rigide Grenzsicherung, die zeigt, wie unbedarft die beiden sind. Schreibt Herfried Münkler. Nur gut, Kanzlerberichterstatter Herfried Münkler hat auch schon mal ähnlich freundlich über mich geschrieben im Zuge des Hambacher Festes. Das kann man ja dann fast als Ehrenzeichen tragen. Es geht weiter, der Tagesspiegel über Botho Strauß und Rüdiger Safranski. Safranski ist im Übrigen ein Altlinker, der ist Alt-68er. Er ist uns bekannt mit Büchern über Goethe und Schiller und über E.T.A. Hoffmann und viele andere. Ein ganz, ganz kluger, ein sanfter Mensch. Aber die Angst der alten Männer vor den Flüchtlingen, schreibt der Tagesspiegel. Also das ist schon eine Dimension der medialen Diffamierung, die ich so in diesem Land nicht für möglich gehalten hätte. Hier ist er, der Brzezinski, die einzige Weltmacht. Das heißt, Amerikas Strategie der Weltherrschaft. Also wie wir zur Weltherrschaft kommen, hat er auch geschrieben. Und darin hat er Mitte der 90er geschrieben, wer den eurasischen Kontinent beherrscht, beherrscht die Welt. Und wer die Ukraine aus dem russischen Einflussbereich herausbricht, hat sozusagen die Schlüsselstaaten. Steht da als Strategie, wird umgesetzt, Schritt für Schritt. Wolfgang Effenberger, ein ehemaliger Bundeswehrhauptmann, jetzt schon über 70, sehr engagiert, schreibt auch über diesen Geoimperialismus. Hat für die NATO, für die Bundeswehr in Bayern auch nukleare Übungen gemacht. Wie auch Willi Wimmer, der ja bei der letzten großen nuklearen Übung der Bundesregierung dabei war, wo Helmut Kohl dann irgendwann ausgestiegen ist, weil er gesagt hat, auch in der Übung schicke ich keine Atombomben auf DDR-Territorium. Daniele Ganser, ein mutiger Mann, wenn Sie ihn noch nicht kennen, hat seinen letzten Unijob verloren. Hat ein Institut für Energiepolitik und Friedensforschung, Schweizer. Spricht auch vieles aus, sein neues Buch, Illegale Kriege. Es gibt auch einen viel beachteten Vortrag, von dem wir vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren mit ihm gemacht haben in Köln. 500.000 Mal geklickt in Köln. Spannendes Buch. Darin spricht er auch über Kriegslügen. Und jetzt wird es noch eine Nummer härter. Und prüfen Sie es bitte nach. Wer von Ihnen hat das Wort Brutkastenlüge schon mal gehört? Ich will das einfach mal hier nicken. Ein Drittel meldet sich ungefähr. Das heißt aber zwei Drittel noch nicht. Vielleicht erinnern Sie sich, ich war da gerade in den USA, dass im Zuge des ersten Irak-Krieges eine Krankenschwester vor dem Kongress ausgesagt hat, die Iraker ziehen die Kinder aus den Brutkästen und machen ganz grausame Dinger. Wir müssen jetzt nicht nur Kuwait befreien, wir müssen in den Irak einmarschieren. Das war ja noch die Frage, befreie ich nur Kuwait oder gehe ich weiter? Und wie weit gehe ich? Nun, es stellte sich heraus, dass diese Krankenschwester, die da vor dem Kongress ausgesagt hat, die Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA war, das Ganze einstudiert hat mit professioneller Hilfe und dass die Wehrbeagentur Hill & Knowlton eine Million Dollar dafür bekommen hat, diese Strategie auszuarbeiten. Prüfen Sie es nach. Es ist so. Und dann können Sie sich auch vorstellen, was es mit den Massenvernichtungswaffen im zweiten Irak-Krieg war. Colin Powell hat gesagt, hat ja ganz komische Zeichnungen gezeigt in den Vereinten Nationen, hier sind die Massenvernichtungswaffen. Colin Powell, ein ganz braver Mann, Militär, Ehrenmann, man sah es ihm an, dass es ihm extrem unwohl war dabei, diese Lügen zu verbreiten, aber er hat es gemacht, weil er dazu abkommandiert worden ist. Und der Mann war nachher auch psychisch fertig. Er wurde vorher als Präsidentschaftskandidat gehandelt. Ich glaube, er hat das nicht verkraftet. Und natürlich war es eine Lüge, es gab keine Massenvernichtungswaffen im Irak. Und trotzdem kommen diese Lügen immer wieder. Und bei anderen Dingen wissen wir bis heute nicht, was war. Hier ist noch nicht die volle Wahrheit aufgeklärt. Da gibt es eine Story, die ist aber sehr unvollständig. Was genau passiert, wissen wir nicht. Mehr weiß ich, mehr kann ich nicht sagen. Es gibt ein Gebäude 7, wo keine Flugzeugeinwirkung war, das völlig symmetrisch zusammengefallen ist, wahrscheinlich gesprengt wurde, vorher noch evakuiert wurde, wo zufällig die örtliche Stelle des CIA und der Börsenaufsicht drin waren und so weiter. Also ganz, ganz interessante Zusammenhänge. Oder hier wissen wir auch noch, also das ist Syrien. Jetzt ja auch wieder ständig Giftgasangriffe. Da ist es aber so gewesen, dass jetzt, nachdem Aleppo befreit wurde, auch das Framing, wenn Sie mal googeln, Aleppo und Idlib. Aleppo haben die Syrer befreit, Idlib haben die Rebellen befreit mit amerikanischer Unterstützung. Wenn Sie dann die Bilder sehen, bei Aleppo sehen Sie leidende Menschen, bei Idlib sehen Sie keine Menschen, obwohl es derselbe Vorgang ist. So kann man ja auch die Köpfe beeinflussen. Das sind diese ganzen Giftgasgeschichten. Wir wissen nicht, was passiert ist. Wir wissen nur eins. Jetzt liegt ja Homs als letzte Rebellenenklave, wo übrigens die Presse sich einig ist, in Homs gibt es viele radikale Islamisten. Das sind nicht die Guten. Oder viele davon sind nicht die Guten. Da wurde ja auch schon immer hochgekocht. Ja, aber wenn Giftgas da eingesetzt wird, dann muss der Westen eingreifen. Ganz vorne die Grünen, die Kriegspartei par excellence. Tut mir leid, wenn ich da Sensibilitäten berühre. Aber da waren natürlich führende Grüne, die sich sofort exponiert haben, wenn da Giftgas eingesetzt wird, müssen wir eingreifen. Das wird auch die einzige parteipolitische Aussage bleiben, hoffe ich, die ich mache. Ich versuche mich da zurückzuhalten. Dann wurden aber über Russia Today Aufnahmen gespielt von einer bestimmten Location, wo schon der nächste Giftgasangriff gefilmt wurde. Das ist ungefähr zwei Monate her. Können Sie auch im Netz noch verfolgen. Seitdem gab es auch keinen. Erstaunlicherweise, vielleicht hat man diese Medienstrategie da gerade durchkreuzt. Dann haben wir das hier. Auch da wissen wir noch nicht, was passiert ist. Vielleicht waren es ein paar ostukrainische Rebellen, die mit russischem Gerät geschossen haben. Die russische Armee kann ich mir nicht vorstellen. So doof sind die nicht. Vielleicht waren es aber auch Ukrainer. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, aber die Vorverurteilungen waren sehr schnell. Und die Kriegsgefahr war damals auch sehr klar. Die Zeit hat sich in Jubelarien geradezu überschlagen. Herr Joffe, ich habe Herrn Joffe vor 35 Jahren mal kurz kennengelernt. Es war keine sehr angenehme Begegnung. Er ist ja seit 30, 40 Jahren im Transatlantiker-Eliten-Netzwerk. Er hat ja auch dagegen geklagt, dass er da in dem Sketch der Anstalt mitverwendet wird. Also keine angenehme Sache. Die Begegnung war auch nicht angenehm. Aber Held und Vorbild, warum Amerika einen Staatsplan wie McCain heute mehr denn je braucht. Nun, Herr McCain hat 2013 Syrien besucht und hat diese Herren besucht. Former Al-Qaida, operative Abu Mossa, nun der ISIS-Pressoffizier. ISIS-Kalif, Abu Bakr. Da sind sie zusammen und John McCain hat gesagt, da hießen sie noch nicht ISIS. Das kam später. These are our guys, these are the good guys. Soviel zu diesen ganz schwierigen Themen. Vor 110 Jahren, 114 Jahren schrieb Harold Mackinder, Helferd Mackinder, das Buch oder ein Aufsatz, The Geographical Pivot of History, die geografische Drehachse der Geschichte. Darin kommt erstaunlicherweise die Weltinsel, Eurasien, der Schlüssel zur Weltherrschaft, dieser Riegel in der Mitte, Ukraine und so weiter, ist der Schlüssel zur Eurasien. Also all das, was wir bei Brzezinski wiederfinden. Helferd Mackinder hat damals dem britischen Empire auch geraten, es könne diese Weltinsel nicht beherrschen. Aber man könne am Rand verschiedene Mächte gegeneinander in Stellung bringen, sodass das Ganze im Gleichgewicht bliebe. Und dass man dann eben als Insularmacht seine Rolle ausspiele. Die zweite Angst, die er hatte, war, dass dieses riesige Potenzial Russlands sich jetzt erschlösse, weil Russland eben ein starkes Bevölkerungswachstum hatte und durch die Eisenbahnen und so weiter dieser ganze Kontinent sich jetzt vernetzen würde. Und wenn man überlegt, dass die Rolle Großbritanniens auf Amerika übergegangen ist und auch, dass diese Strategie der Geopolitik auf Amerika übergegangen ist, wird einem vieles klarer. Karl Schmitt, der deutsche Staatsrechtler, hat ein Büchlein für seine Tochter geschrieben, Land und Meer, die war damals zwölf. Karl Schmitt, eine umstrittene Persönlichkeit, wird aber international wieder viel gelesen. Brillanter Staatsrechtler, leider 1933 zu den sogenannten Märzgefallenen gehört, also noch schnell in die Partei eingetreten, relativ spät, Katholik, kommt aus meinem Geburtsort Plettenberg. Zum Glück für ihn 36 gestürzt worden aus allen Ämtern, sodass er 37 bis 45 als einfacher oder gehobener Professor, aber als Professor verbrachte und sich nicht weiter schuldig machen konnte, muss man sagen, hat aber lebenslanges Lehrverbot danach gehabt, hat weitergewirkt durch Seminare, hat viele Schüler auch in der Bundesrepublik gehabt und wird international heute immer noch viel gelesen. Er hat viele schöne Sprüche geprägt, zum Beispiel diesen, Souverän ist, wer den Ausnahmezustand beherrscht. Heißt, wer den Ausnahmezustand beherrscht, kann schalten. Wenn ich zum Beispiel die Grenzen öffne und ich setze die normalen parlamentarischen Prozesse außer Kraft, kann ich vielleicht anders mich durchsetzen. Wenn ich eine Krise habe, ob das Euro-Krise oder Finanzkrise ist, kann ich mich vielleicht durch außergewöhnliche Maßnahmen durchsetzen. Souverän ist, wer den Ausnahmezustand beherrscht. Diese realistische Schule der Außenpolitik, dass es eben doch um Macht geht, um Geopolitik, um zynische, auch militärische Durchsetzung von Interessen, würde Ihnen fast jeder Amerikaner bestätigen. Wir setzen unsere Interessen zur Not militärisch durch, gar keine Frage. Darüber ist Horst Köhler über einen Nebensatz, ja die Bundeswehr könne auch zur Sicherung der Wirtschaftsinteressen eingesetzt werden, sofort gestolpert. Tukididis, Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes, Karl Schmidt, Karl Haushofer, auch vergessen Henry Kissinger, Spick Brzezinski. Tukididis, realistische Schule der Außenpolitik. Staaten verhalten sich so, wie es ihrer Rolle im internationalen System entspricht. Kleinstaaten verhalten sich wie Kleinstaaten, Mittelmächte wie Mittelmächte und Imperien verhalten sich wie Imperien. Großmächte verhalten sich wie Großmächte, die intervenieren und greifen auch rücksichtsloser ein. Hier haben wir das britische Empire. Vor 1789 Kanada, die 13 Kolonien, Afrika, dieser ganze Riegel, Indien, die Krone des britischen Empire, 1848 dazugekommen, Australien, ein Viertel der Landmasse der Welt. Und das alles durch Geopolitik beherrscht von dieser kleinen Insel. Im Übrigen auch die These, dass Demokratien keine Kriege machen. Im 19. Jahrhundert war England eine parlamentarische Demokratie und hat Dutzende von Kriegen geführt. Deutschland war keine voll parlamentarische Demokratie und hat weniger als fünf Kriege geführt. Das nur mal quantitativ. 1914 kommt da auch unter anderen Vorzeichen. 1914 ist von der Großmacht England lange geplant worden, beziehungsweise vorbereitet worden. Nicht in dieser Form, aber die englische Diplomatie hat 1906 angefangen. Das können Sie in diesem Büchlein, wir schicken Ihnen das gerne, von Herrn Effenberger lesen. Der hat viele Quellen ausgewertet. Die These setzt sich auch so langsam durch, beziehungsweise die Belege werden so stark, dass man sie nicht mehr verdrängen kann. Aber lange war das die These. Fritz Fischer. Fritz Fischer, Deutschland, das aggressive, kaiserliche Deutschland greift nach der Weltmacht. Und das hat alles in Aufruhr gebracht. Das war nicht das Problem. Das Problem war Deutschlands wirtschaftliche Stärke ohne Kolonien. Diese paar Kolonien war der größte Fehler überhaupt. Die wirtschaftliche Dynamik im Lande, die die Balance auf dem Kontinent veränderte. Weil wir eben so erfinderisch, so innovativ, industriell so stark waren. Aber nicht das bisschen Flottenbau. Das hat vielleicht ein paar Ängste, aber die Flotte war immer noch weit weg von der britischen. Fritz Fischer ist mit dieser These groß gelandet. Dazu muss man wissen, Fritz Fischer war junger Mann, war 1945 glühender Nazi. Und dann hat er 1945 gemerkt, dass er vielleicht auf das falsche Pferd gesetzt hat. Und hat sich der Gegenseite mit vollem Herzen verschrieben, alles was aus Deutschland kam, war schlecht. Und hat dann diese These propagiert. Und damit hat er Karriere gemacht. Und das hält sich hartnäckig. Die Großmächte, da gibt es dann die Theorie der hegemonialen Stabilität. Also Robert Gilpin hat zum Beispiel gesagt, es braucht, damit die Welt stabil ist, muss eine Großmacht die Regeln machen. Sonst wird das nichts. Und dann zwingt sie vielleicht die anderen ein bisschen. Aber letztlich haben alle was davon, dass wir da Regeln haben und stabile Verhältnisse. Und mein Professor Robert Gilpin hat das weiterentwickelt zu einer Theorie der hegemonialen Stabilität. Also es gibt eine Macht, die aufgrund von politischen, ökonomischen Vorteilen überlegen ist. Und die dann tatsächlich die Regeln macht und eine legitime Ordnung schafft. Dann gewöhnt sich aber dieser Hegemon an seine Privilegien. Neue Mächte steigen auf. Und der Hegemon verteidigt seine Rolle immer aggressiver. Und dann gibt es vielleicht irgendwann Multipolarität. Und das ist dann instabil. Und da ist die Kriegsgefahr sehr hoch. Ja, lassen wir mal so stehen. Der Anteil der USA in der Weltwirtschaft ist von 40 Prozent. 1945 auf 20 Prozent jetzt gesunken. Unter 20 Prozent. 2014 hat China die USA überholt, was Kaufkraftparität angeht. Also in der Summe der produzierten Waren. Noch nicht im Wert der produzierten Waren, aber in der Summe. Also da verschiebt sich tatsächlich was auf der Welt. Und sowas hat immer für Instabilität gesorgt. Hier sehen wir die Interventionen der Großmächte im Kalten Krieg. Das sind US-Interventionen, die hier so rüber gehen. Nach Asien. Hier nach Afrika. Hier sehen Sie ein paar russische Interventionen. Hier rüber, da runter, da. Das war die Intervention im Kalten Krieg. Und jetzt haben wir ja seit 1989 die neue Weltordnung, wo alles viel friedlicher ist. Dann können wir mal gucken, wie diese Landkarte jetzt aussieht. Die sieht jetzt so aus. Das ist nach 1989. Fast nur noch US-Interventionen. Ein paar russische hier. Frankreich noch minimal. In Afrika. So sieht die Weltkarte der Kriege und Interventionen nach 1989 aus. Das Zusammenwachsen des Eurasischen Kontinents. Der Aufstieg Chinas. Hier haben wir die neue Seidenstraße. One Belt, One Road. Das weckt Erinnerungen an die Bagdad-Bahn, die in England auch sehr ungern gesehen wurde, weil sie das Deutsche Reich halt mit dem Vorderen Orient verbunden hätte. Wenn sie denn durch Serbien so gegangen wäre, wie das geplant gewesen wäre. Und hier entstehen eben auch neue Verbindungen in der großen Landmasse Eurasien. Mein Freund Andy Bacewicz. Brzezinski haben wir schon besprochen. Die einzige Weltmacht. Das Buch heißt auf Englisch The Grand Chessboard. American Empire. Ein Buch meines Freundes Andy Bacewicz. Jetzt 80, im Ruhestand, war Panzeroffizier in Bamberg. Er hat bei Harvard University Press vor 15 Jahren dieses Buch geschrieben und endet damit. Ja, wir Amerikaner scheinen nur noch uns einig zu sein, innenpolitisch, wenn es darum geht, Krieg zu führen. Sonst kriegen wir keine Einigkeit mehr zustande und wir laufen Gefahr, die Seele unserer Republik zu verlieren. Oder Robert Kaplan, einer der Chefdenker der Neokonservativen. Warrior Politics, Why Leadership Demands a Pagan Ethos. Also Kriegerpolitik, warum Führung ein heidnisches Ethos erfordert. Das sind Thesen, die werden offen diskutiert. Das sind nicht alle, aber das ist eine einflussreiche Gruppe, die sehr viel Einfluss ausübt. Zu der Trump nicht gehört. Trump hat die sorgende Mittelschicht ausgesprochen, da komme ich später nochmal drauf. Naja, das gehen wir jetzt mal drüber. Dirk Müller zeigt das auch ganz gerne. Russland will Krieg, schau mal wie nah sie ihr Land an unsere Militärbasen rücken. Spannend auch dieses, dieser Doku, dieser Dokumentation von Oliver Stone, Ihnen vielleicht bekannt als Regisseur von Nixon und JFK und anderen Spielfilmen. Der vor ein paar Jahren gesagt hat, er macht jetzt für seine Kinder, für seine noch relativ jungen Kinder, zum Beispiel die nicht erzählte Geschichte der Vereinigten Staaten, weil er nicht mehr damit klarkommt, wie die offizielle Geschichtsschreibung läuft. Er möchte ihnen erzählen, wie es wirklich war. Und die hat dann 90 Minuten ein Doku gemacht über die Ukraine, wo er auch den ehemaligen Staatschef interviewt und viele andere und auch Bilder vom Maidan zeigt. Unbedingt sehenswert, in Deutschland gar nicht so einfach zu bekommen. Sie müssen wahrscheinlich über die amerikanische Seite von Amazon gehen. Ich äußere mich politisch bei Twitter. Bei YouTube, bei Max-Otter-Fonds, haben wir natürlich vor allem Fondsinformationen. Bei YouTube ist es gemischt, bei Twitter bin ich vor allem politisch. Das wäre die harte Kost. Jetzt wird es etwas leichter, nicht viel, aber ein bisschen. Die nächsten Krisenursachen. Handelskrieg, Brexit steht vor der Tür. Eurozone ist auf einem Hoch. Die Target-Forderungen sind bei einer Billion. Japan, die Verschuldung auf dem Allzeithoch. China und in den Emerging Markets. Überall gärt es. Also meine Investment-These ist, dass nach neun Jahren Aufschwung es jetzt wieder brodeln wird. Dass also innerhalb dieser Amtszeit von Donald Trump noch irgendwas platzt. Und das habe ich zum ersten Mal im Fondskongress in Mannheim im Januar gesagt. Und jetzt hatten wir schon ein erstes Vorbeben. Und im Januar habe ich auch gesagt, die Türkei wird das nächste Problem. Und das war dann im Frühjahr soweit. Und diese Sachen zeichnen sich oft relativ gut ab. Man muss da gar nicht so viel Wahrsagekraft haben. Man muss es nur sehen und aussprechen. Tun aber viele nicht. Und das war im März 2016. Das ist Armin Wolf, stellvertretender Chefredakteur ORF. Das ist Kaldemorgen, DWS. Die anderen weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich damals gesagt, 500 Leute. Leute, seid euch nicht so sicher, der Trump könnte es werden. Ungläubiges Gelächter. Denn es waren sich ja alle einig, der wird es nie und nimmer. Und ich fand es so witzig. Und es war mir eine Genugtuung, im Herbst 2016 dann zu sehen, wie zwei Wochen lang die deutschen Medien nicht wussten, was sie schreiben sollten, als das geworden war. Die Parteilinie war noch nicht klar. Die Konsensmeinung war noch nicht gebildet. Was schreibe ich denn jetzt? Auf der einen Seite ist es der Präsident, der neu gewählten Führungsmacht. Auf der anderen Seite wollen wir ihn nicht. Was schreibe ich denn jetzt? Und die Sache mit Trump verhält sich in der Tat komplexer. Ich kann nicht ganz so tief auf ihn eingehen, weil wir noch auf die Kapitalmärkte eingehen wollen. Aber leider ist er kein guter Manager. Leider ist er ein Reality-TV-Star und eine Person, die auch viele Angriffsflächen bietet. Und die vielleicht auch nicht für jeden ein Sympathieträger ist, um das mal so auszudrücken. Also da macht das natürlich den Medien auch leicht. Andererseits, wenn er nicht diese Medienpersönlichkeit hätte, wäre er es auch nicht geworden. Und der Stephen Wolf in Feuer und Eis schreibt, er hat auch nicht damit gerechnet, dass es geworden ist. Es gibt ein Event 2007, National Press Dinner in den Vereinigten Staaten, wo Obama ihn so richtig den Kakao zieht vor tausend Leuten. Da sitzt er vorne an so einem Tisch, also große Gala. Und da hat er sich gerade der Truther-Bewegung angeschlossen. Ne, 2008 oder noch, aber etwas später. Hat er sich der Truther-Bewegung angeschlossen. Der Trump hat angezweifelt, dass Obama echt Amerikaner sei. Und da wird er von ihm durch den Dreck gezogen. Und Sie sehen, wie der Trump sich immer weiter versteift. Und das war wahrscheinlich der Moment, wo er sich gesagt hat, dem zeige ich es mal. Und er hat einen brillanten, frechen Wahlkampf geführt, in dem er vor allem die Sorgen der Mittelschicht ausgesprochen hat. America first heißt ja nicht, heißt ja nicht nur rücksichtslos die eigenen Interessen durchgehen, sondern heißt auch vor der eigenen Haustür kehren. Kriminalität, Infrastruktur, Erziehung, Gesundheitssystem, all das. Er hat sehr viele domestische Themen, also innenpolitische Themen angesprochen, wirtschaftspolitische Themen, die Wirtschaft. Dann hat er natürlich diesen Wahlkampf-Gag mit der Mauer, das war schon eine harte Nummer, klar. Aber er hat vor allem diese innenpolitischen Sorgen angesprochen, hat gesagt, wir sollten uns außenpolitisch zurückziehen. Er hat 35 Mal getwittert, wir haben in Syrien nichts verloren. Assad ist der legitime Präsident des Landes, der bekämpft ISIS, wir bekämpfen ISIS, also sollen wir mit ihm zusammenarbeiten. Das war seine Position im Wahlkampf und bis über den Wahlkampf hinaus. Also sehr gemischt. Und jetzt sehen wir im Prinzip eine Tauziehen zwischen Trump und den sicherheitspolitischen Eliten, dem sogenannten Deep State. Und bei 17 Geheimdiensten und 1,4 Millionen Leuten im Militär und einer Million Leuten in den Geheimdiensten, kann man schon von einem Deep State sprechen. Also jetzt sehen wir dieses Tauziehen, wie man versucht, den Trump auf Linie zu bringen, auch mit den Russland-Ermittlungen, die ja schon vor der Wahl im Wahlkampf angefangen haben, wo illegal Trump Tower abgehört wurde. Das ist ja mittlerweile raus. Und dieser Müller soll ja verfolgen, das wird immer wieder hochgekocht von den Medien. Als ich im Februar drüben war, wurden gerade 16 in Russland lebende Russen angeklagt, hier über die sozialen Medien in den Wahlkampf eingemischt zu haben. Angesichts der Tausende von Stiftungsangestellten und Geheimdienstmitarbeitern oder Zehntausenden, die das für Amerika in anderen Ländern tun, ist das Verhältnis doch relativ unausgewogen. Ja, also das ist spannend, aber diese Unordnung in Amerika ist mir viel lieber als eine Hillary Clinton, weil unter Hillary Clinton, das ist zumindest meine Lesart der Dinge, in Syrien-Bodentruppen stehen würden und das wäre kein Zuckerschlecken. Das ging 2016 vor der Wahl im September, Oktober durch die amerikanischen Medien mehrfach. Ganz dringender Aufruf, Bodentruppen nach Syrien. Trump ist auch gefragt worden von Reportern, schicken sie denn Truppen dahin. Nein, sagt er, mache ich nicht, will ich nicht. Wir sollten mit Assad zusammen den ISIS bekämpfen und so weiter und so fort. Also da sind geostrategische Interessen im Spiel. Wer Syrien beherrscht, beherrscht die Pipeline-Wege. Von Katar Richtung Mittelmeer. Und das ist natürlich, da stehen ganz andere Dinge dahinter, wie Daniel Ganser sehr überzeugend darlegt. Und wie weit das geht, diese Feindschaft zwischen Trump und dem Deep State, das können Sie vielleicht an diesem Zitat erkennen, dass als er gewählt war, aber noch nicht im Amt, das sein Übergangsteam veröffentlicht hat. Als es um die Russlandgeschichten geht, das haben die gesagt, diese Leute mit den Russlandgeschichten, das sind dieselben Leute, die euch erzählt haben, Saddam Hussein hätte Massenvernichtungswaffen. Das hat das Trumps Team, Transition Team, also das Team von Trump, in dieser Form als Nachricht herausgegeben. Lass ich mal so stehen. Naja, aber dadurch, dass da der Krieg tobt und wie gesagt, ein Stratege ist er nicht, er war ein genialer Taktiker und Wahlkämpfer, aber Strategie hat er so richtig keine. Vor einem halben Jahr hat er noch auf Kim Jong-un gewettert, so ein schöner Schau kam, so ein bisschen kommt mir das vor wie beim American Wrestling. Also erstmal blustert man sich auf und dann gibt es ein bisschen was auf die Nase und nachher umarmt man sich wieder. Also vor einem halben Jahr hat er noch auf Kim Jong-un gewettert und dann sagt er irgendwann, er ist mein bester Freund, so ungefähr. Oder nein, er habe sich verliebt. Er habe sich verliebt in Kim Jong-un, also das ging hin und her. Und das ist die eine Geschichte. Dann gibt es natürlich die Geschichten mit Syrien, wo er seinen Kurs geändert hat und vielen anderen Dingen. in der Ukraine, also da ist vieles in Bewegung. Aber mir ist diese Unordnung im Weißen Haus und lieber als jemand, der da konsequent in Richtung Krieg marschieren würde. Und eine Konsequenz sind die Strafzölle, Ursachen, Wirkungen, Konsequenzen. Der Präsident darf nämlich Zölle erlassen. Also und dann, wenn ich nur noch wenige Mittel habe, die Gerichte bremsen ihn ja hier und da aus, hatte ich gedacht, dann mache ich eben Strafzölle. Das gehört ja auch zu seiner Agenda. Also auch nicht sehr überlegt. Und da gab es etliche Runden. Und das zeigt uns aber auch, dass diese Geschichte wieder in Richtung hegemonialer Wechsel, Aufstieg Chinas, relativer Abstieg der USA, dass es da in der Weltwirtschaft knirscht. Dass also diese 30 Jahre Globalisierung, die wir hatten, irgendwo in gewisser Weise zum Ende kommen. Und Zölle darf eben der Präsident erlassen. Aber jetzt hat er da auch schon wieder gesagt, vielleicht reicht es mit den Zöllen. Und bei Korea muss man sehen, wie es weitergeht. Ich meine, Kim Jong-un hat sein Testgelände zerstört. Amerika hat seinerseits noch keine Leistung erbracht. Und jetzt konnte Trump auch nicht, weil man ihm das wahrscheinlich nicht gelassen hätte. Also jetzt ist die Sache wieder festgefahren. Ja, Hinweise, dass wir uns jetzt so langsam am Ende dieses Börsenzyklus befinden. Dow Jones hat den zweitlängsten, und den zweitstärksten und längsten Aufschwung seit dem Zweiten Weltkrieg. Ölpreis steigt, Zinszyklus dreht, Kreditzzyklus weit fortgeschritten und so weiter. Es gibt eine Menge. Ich habe in Mannheim gesagt, ich werde vorsichtiger. Die Emerging Markets sind ein Risikofaktor und wir bauen Liquidität auf. Nehmen wir die Türkei. Das Wachstum hat sich abgeschwächt von über 10% auf 5% und 5% Wachstum in der Türkei bei ebenso hoher Inflation ist ein Problem. Und noch schwieriger wird das Problem, und das haben viele Emerging Markets, dass sie relativ stark in Fremdwährung verschuldet sind. Und wenn ein Land in Fremdwährung verschuldet ist und der Wirtschaft geht schlecht, dann stürzt meistens die eigene Währung ab. Das Land stürzt selber ab und man kann diese Fremdwährung umso schwerer zurückzahlen. Und 40% ist da die Schwelle, die kritisch ist. Die Türkei liegt drüber. Die Fremdwährung, die Dollarschulden der Türkei sind bei über 400 Milliarden. Lehmann hatte damals 600 Milliarden Außenschulden. Das Wirtschaftswachstum schwächt sich ab in der Türkei. Starke Inflationsrate. Und dann haben wir eben genau diesen Effekt. Die Lira stürzt ab, die Zinsen steigen. Und das ist natürlich tödlich für eine Wirtschaft. Inflation haben wir auch hohe. Aber das Problem kriegen wir in den Griff. Also Erdogan hat dann einfach jetzt ein Gesetz erlassen, Inflation ist verboten. Und das haben wir keine mehr. Und es ist natürlich einfacher, ein solches Gesetz zu machen, wenn der Wirtschaftsminister auch noch der Schwiegersohn ist. Da geht es noch leichter. Aber er steht wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand. Und dann kann man auch verstehen, warum er sein Heil in illegalen Kriegen außerhalb der Landesgrenzen sucht. In Argentinien dasselbe Problem. Peso stürzt ab. Leitzinsen mittlerweile auf 60%. Also Argentinien hat dasselbe in den Emerging Markets rappelt. Was für uns als Investoren, das würde ich aber gleich sagen, auch Chancen bedeutet. Denn da greifen wir zu. Wo, wenn nicht da, finden wir Aktien im Ausverkauf. Wenn alle Panik haben, dann gucken wir uns die Titel genau an. Welcher Titel wird das überleben? Und natürlich muss man Risikomanagement betreiben in diesen Ländern. Kann ja auch immer sein, dass Argentinien verstaatlicht. Also würden wir in eine argentinische Position zum Beispiel nicht über 4% eingehen. Im schlimmsten Falle sind diese 4% weg. Da muss natürlich die Chance stimmen. Also sowas würde man nur machen, wenn man auf der anderen Seite einen Verdreifacher hat oder einen Vervierfacher. Aber dann kann man das schon mal in Maßen eingehen. Ist natürlich für einen Privatanleger nicht so ganz einfach. Aber immer da, wo es heiß ist, finden sich natürlich auch Schnäppchen. In Venezuela wird das Geld mittlerweile nicht mehr gezählt, sondern gewogen. Kennen wir aus früheren Zeiten in Deutschland auch. Also in den Emerging Markets brodelt es. Der Aufschwung am S&P, der im März noch von 30% aller Werte getragen wurde, wurde im Oktober nur noch von 8% aller Werte getragen. Vor allem Facebook, Apple, Netflix, Google, Amazon. Also die FANG. Und wenn solche Begriffe auftauchen, ist das ja auch schon mal ein Warnsignal. Wie die BRIC. Wer denkt noch über die BRIC, obwohl die BRIC jetzt attraktiv werden, weil sie jetzt durch eine tiefe Korrekturphase gehen. Wenn sie wirklich antizyklisch denken. Der Dow Jones hat den längsten und drittstärksten Aufschwung hinter sich in diesem Jahrhundert. Den zweitstärksten seit 1949. Hier sehen wir es. Dauer in Monaten. Schon 100 Monate. Da war nur noch der vor der Weltwirtschaftskrise größer und der von 32 bis 37 war etwas stärker. Moment. Zinszyklus dreht langsam, zumindest in den USA. Die Fed hebt die Zinsen langsam an. Die Dollars fließen in die USA zurück. Die Entwicklungsländer trifft es. Also das ist ein Problem. Aber die USA steuert so langsam gegen. In Italien springen die Zinsen auch nach oben. Trotz EZB-Interventionen. Und da Italien stark verschuldet ist, haben wir jetzt dieses Italien-Problem an der Backe. Und Italien, Portugal, Spanien, Griechenland haben ja zusammen eine Billion in der Kreide in Deutschland. Das ist ja auch ein großes Problem. Also die Eurozone ist mitnichten in irgendeiner Form sicherer geworden. Diese ganzen Rettungsmaßnahmen haben die realwirtschaftlichen Anpassungsmaßnahmen verzögert. Die müssen noch kommen. Sie haben den Süden in Depressionen gestürzt. Für eine Währungsunion brauchen sie ja drei Dinge. Mobilität von Arbeit, Waren und Dienstleistung, Kapital. So Kapital wurde durch die Eurozone mobil. Waren, Dienstleistung auch, Arbeit weniger. Das Kapital floss also in den 2000er zum Beispiel nach Spanien, wo dann auf einmal die niedrigen deutschen Zinsen galten. Und dann hatte man diesen Bauboom. Spanien hat fast 20% Bevölkerungswachstum gehabt in den 2000ern. Die haben die Einwanderungskrise schon hinter sich. Die Bevölkerung ist explodiert, wenn Sie sich das mal anschauen, aus dem Nahen Osten. Und dann in der Krise ist Kapital zurückgeflossen. So und Bevölkerung hatten wir aber nicht mobil in Europa. Und jetzt haben wir im Süden 30, 40% Jugendarbeitslosigkeit. Jetzt kommen die Leute, die jungen Leute zu uns. Oder hier, das Hotel wird ja hervorragend betrieben von einer griechischen Familie. Also weil wir da im Süden Elend ohne Ende haben und Arbeitslosigkeit kommen die Leute zu uns. So wollten wir Europa eigentlich nicht bauen. So wollten wir Europa nicht bauen. Also da dreht einiges. Ewig bleiben die Zinsen nicht unten. Und Bert Flossbach wurde mal zitiert vom Handelsblatt vor einigen Monaten. Die Zinsen bleiben für immer extrem niedrig. Das kann es natürlich nicht sein. Für immer extrem niedrig kann nicht stimmen. Aber er wird es auch nicht so gesagt haben. Wahrscheinlich wird ihm das Handelsblatt das vertreten. Das kann er gar nicht so gesagt haben. Die Notenbanken drucken weiter. Also hier sehen Sie, in den USA hört es langsam auf mit dem Gelddrucken. Aber die EZB macht fleißig weiter. Und vor allem die Bank of Japan. Die Bank of Japan macht das, was die Reichsbank in der Weimarer Republik gemacht hat. Drucken ohne Ende. Japan kommt unter Umständen ganz gut aus dieser Sache raus. Die Bank of Japan kauft die Staatsschulden direkt auf. Das ist also praktisch fiktive Wirtschaft. Aber. Und die einfachen Leute haben Sparkonten. Oder Lebensversicherung. Oder was auch immer. So und wenn Japan jetzt sagt, wir machen eine Währungsreform. Dann ist zwar die Mittelschicht enteignet. Aber das Land steht nicht schlecht da ansonsten. Weil es großes Auslandsvermögen hat. Also weil diese Schulden im Inland sind. Das ist bei anderen Ländern eben anders. Bei Italien, bei Griechenland, bei Spanien. Die haben die Schulden bei der Europäischen Zentralbank. Und damit beim Norden. Vor allem bei Deutschland. Wir Deutschen haben unsere Auslandsüberschüsse sehr schlecht angelegt. Sagt Daniel Stelter. Das Buch empfehle ich sehr. Das Märchen vom reichen Land. Ein gnadenloses Buch. Aber ein ganz nüchternes, ökonomisches Buch. Was jetzt vor einem Monat rausgekommen ist. Daniel Stelter war Senior Partner bei der Boston Consulting Group. Und hat dieses Buch geschrieben. Hat ausgerechnet, wie viel Wert in der Amtszeit Merkel vernichtet worden ist. Können Sie da nachlesen. Ungefähr eine deutsche Wirtschaftsleistung hat Madame Merkel auf dem Gewissen. Zumindest laut Daniel Stelter. Und er belegt das eigentlich ganz gut. Wir Deutschen haben unsere Überschüsse eben angelegt in Geldforderungen. Also in Krediten an den Süden. Via EZB und anderweitig. Die werden nicht verzinst. Und die kriegen wir auch nicht zurück. Die Schweizer Nationalbank macht das besser. Wenn der Schweizer Franken steigt. Da muss man ja den unter Umständen stabilisieren. Dann kann ja eine Notenbank einfach Geld schaffen. Schweizer Franken. Und kann damit ausländische Vermögenswerte aufkaufen. Ich kann das als Kredit vergeben. Wie wir Deutschen das machen. An den Süden. Oder ich kann zum Beispiel, wie es die Schweizer Notenbank macht. Amerikanische Aktien kaufen. Ich glaube die machen es etwas klüger. Aber auch das ist weit fortgeschritten. Die Manipulationen der Notenbanken haben mittlerweile ein massives Ausmaß. Direkter Kauf von Staatsanleihen. Bargeldmanipulationen. Anleihenkäufe. Also irgendwo sind wir schon relativ im Endstadium. Die Aktienmärkte, wenn Sie das sehen, das ist der sogenannte Buffett Indikator. Er setzt in Relation die Weltwirtschaftsleistung zu einem groben Maß der Aktienmärkte der Welt. Also der Bewertung aller Aktien der Welt. Das ist zwar kein genaues Maß, aber es gibt ungefähr eine Richtschnur. Und hier haben wir gesehen, in der Finanzkrise ist die Wirtschaftsleistung, also sind die Aktien deutlich drunter gewesen. Sind eigentlich die ganze Zeit, hier war die Euro-Krise drunter gewesen. Und jetzt stoßen sie so langsam daran. Das heißt nicht, dass man hier keine Aktien mehr kaufen soll. Ich meine, wenn ich zum Einfachen der Weltwirtschaftsleistung die Aktienmärkte kaufen kann, passt das noch in etwa. Und bei dieser Bewertung finden wir auch noch genug. Hier oben würden wir wahrscheinlich nur noch sehr wenige Aktien finden, die wir spannend finden. Wir sind nicht in einer Aktienblase. Wir finden immer noch genug. Aber wir sind natürlich auch nicht mehr in den guten Zeiten, in denen wir 2009 waren, als ich gesagt habe, ich fühle mich wie ein Junge im Süßwarenladen, wenn Eltern und Verkäuferinnen nicht da sind. Ich sage allen, kauft Aktien. Wie sind wir aufgestellt im Max-Otto-Vermögensbildungsfonds und auch im PI Global Value? Wir haben vor allem hervorragende Unternehmen wie Apple oder Google, die auch in der Krise höchstwahrscheinlich weiter wachsen, von den Bewertungen her noch moderat sind. Wir haben gute Unternehmen wie HP, früher Hulett-Packard, Kraft Heinz, Ketchup, Kraft Käse. Wir haben Zykliker wie BMW und die Lufthansa in kleineren Maße. Und wir haben auch Unternehmen mit Gegenwind, also Turnarounds, wenn die besonders billig sind, kaufen wir die natürlich auch. Aber wir haben über das Jahr hinaus Liquidität aufgebaut, 25% im Max-Otto-Vermögensbildungsfonds. Und da konnten wir natürlich jetzt in der Korrektur einiges von investieren. Deswegen sind wir auch deutlich besser gefahren als die Konkurrenzfonds, deutlich besser als die Indizes. Apple zum Beispiel. Ich meine Warren Buffett hat mittlerweile 80 Milliarden Dollar Apple-Aktien. Das ist schon ein Wort. Und das Unternehmen ist nicht teuer. Es dominiert seinen Markt. Und wenn Sie das sehen, KGV, wenn Sie die Liquidität abziehen, jetzt nach der Korrektur, 12. Wachstum immer noch mehr als 10% pro Jahr. Es war jetzt auch mal 20, obwohl es so ein Riesenunternehmen ist. Und den fairen Wert haben wir durchaus deutlich höher, irgendwo bei 250 berechnet. Und im Moment ist die Aktie bei 160. Also da ist Luft, da ist viel Luft. Also es ist für uns ein Langfristinvestment, was auch als Einzelinvestment sehr interessant ist. Und wir sind da eingestiegen, 16, also spät eigentlich, wenn man es so sieht. Aber spät, das Richtige ist immer noch gut. Und sind 44% im Plus zwischendurch, da haben wir auch mal mehr im Plus. Bleiben dabei auf jeden Fall. Und hier sieht man eben, dass hier die Kursentwicklung mitgetragen wird von der fundamentalen Entwicklung. Also Gewinn je Aktie steigt wesentlich schneller, Umsatz je Aktie steigt auch schneller. So, wenn der Kurs langsamer steigt, kleiner Teste, wenn der Kurs langsamer steigt als der Gewinn je Aktie, was passiert dann? Das Kurs-Gewinn-Verhältnis fällt. Die Gewinne steigen schneller als der Kurs. Dann wird das KGV niedriger. Und deswegen kommen wir jetzt auf dieses, hier war noch mehr Fantasie drin, mit, was waren die KGVs von 30 wahrscheinlich. Und dann ist die Gewinnentwicklung so fulminant gewesen, dass die Märkte das gar nicht geglaubt haben. Und es ist quasi so schnell der Gewinne gestiegen, dass die Kurse gar nicht mitgekommen sind. Und deswegen sind die KGVs jetzt irgendwo bei 12, liquiditätsbereinigt. Ein weiteres nettes Beispiel ist HP. Kennen wir als Drucker. Ist kein besonders, der Markt ist nicht sexy, aber mit 42% Marktführer und 3D-Druck als Wachstumstreiber. Und das Schöne dabei ist, wir haben das zu einem KGV von 10, 11, nach 12 damals bekommen. Relativ günstig. Und es war für uns unterbewertet, auch ohne diesen 3D-Druck. Der 3D-Druck, wenn der aufgeht, wenn das funktioniert, dann ist das eine zusätzliche Kursrakete. Und dann bringt es nochmal Dynamik. Aber auch ohne den 3D-Druck war das Unternehmen unterbewertet. Und solche Investments haben wir gerne. Die sind langweilig. Die hat man nicht mehr so auf dem Radarschirm. Die sind auch nicht sexy. Aber als Marktführer, wenn Sie Samsung kaufen, steht Samsung drauf. Ist mittlerweile auch HP drin. Die haben nämlich das Geschäft von Samsung gekauft. Durch die Größe haben Sie Marktmacht und Vertriebsmacht und können auch natürlich das Thema 3D-Druck gut voranbringen. Und das Geschäft ist relativ stetig. Über Druckerpatronen, über Ersatzteile, Wartungsverträge und so weiter. Also eine schöne Sache. Sind wir auch schon schön vorne. Freuen wir uns drüber. Bleiben wir auch dabei. 3D-Druck nimmt jetzt Fahrt auf. Also es gibt eine Zusammenarbeit mit VW. Jetzt werden schon Schlüssel gemacht. Dann sollen demnächst Schalter gemacht werden. Und dann irgendwann auch ganze Teile. Das Einzige, was dort beschränkt. Man kann sehr viel drucken mittlerweile. Das Einzige, was eine Beschränkung ist, ist die Größe, weil die Drucker nicht unendlich groß sind. Und wir sind auch da nicht am Tiefpunkt eingestiegen. Da ist die Aufspaltung. Da war also die Fantasie auf dem Tiefpunkt. Wir sind hier eingestiegen. Und mittlerweile sind wir schon mehr als 10% im Plus. Eher 18%. Das ist schon ein paar Tage später. Also Sie sehen auch so langweilige Dinge, die dann aber eine schöne stetige Entwicklung bringen, sind uns eigentlich ganz recht. iRobot, die Wisch. Wer hat einen? Darf ich mal fragen? Ein bisschen Marktforschung. Sie müssen sich nicht schämen. Einmal. Einmal? Ist es das? Einen habe ich gesehen. Sonst noch niemand. Haben Sie denn schon mal bei... Helmut, haben Sie schon mal bei Lidl gesehen, die iRobot-Anzeigen? Mittlerweile sind Sie auch bei Lidl in den Prospekten drin. So Wischroboter. Ähm... Ähm... Ja... So in... Gut, ich meine... Ich meine, im Umkreis Schwabens ist natürlich sowas noch Ehrensache, wenn man da keine Roboter einsetzt. Aber, ähm... Die Dinger kommen. Das Unternehmen gibt es auch schon seit 20 Jahren. Die haben viele Patente. Der Gründerunternehmer ist noch beteiligt. Und jetzt ist Folgendes passiert. Die waren wahnsinnig teuer, die Aktien. Hier. Also die waren... Hatten damals ein KGV von über 30. Sind aber auch mit über 20% gewachsen. Wahnsinnige Wachstumsraten. Also dafür waren sie dann nicht billig. Aber das ging noch. Waren aber fair bewertet. Und dann ist der Kurs eingebrochen. Und die haben wir nun mal am Tiefpunkt erwischt. Der Kurs ist eingebrochen, weil die Gewinne auf einmal zurückgingen. Das Management hatte das aber geschrieben. Wir wachsen. Wir wollen jetzt, ähm... Geld in die Hand nehmen und in die Werbung investieren. Massiv. Und klar gehen dann mal die Gewinne zurück. Und das hat dann zu negativen Analystenkommentaren geführt. Und daraufhin ist der Kurs eingebrochen. Wir haben gekauft. Wir haben gekauft. Ähm... Und, ähm... Wir haben hier sogar... Die Farbe stimmt nicht. Wir haben hier einen Teilverkauf gemacht. Jetzt kaufen wir vielleicht wieder ein bisschen nach. Also wenn wir so einen Titel kennen. Und wir haben eine Idee davon, was der innere Wert ist. Dann, ähm... Verkaufen wir auch mal ein Teil. Wenn wir merken, das stößt so langsam an die Wertgrenze. Oder verkaufen auch komplett. Und steigen wieder ein. Das ist zum Beispiel im letzten... In den letzten acht Jahren dreimal mit der Lufthansa passiert. Die Lufthansa haben wir zum ersten Mal 2010 gehabt. Geld verdient, verkauft. Dann habe ich sie Ende 16 oder im Sommer 16 wieder gekauft. Ähm... Bei... Um die 10. Und dann ist die Aktie ja bis auf die 30 gegangen. Wir haben sie aber bei 18 schon wieder verkauft. Weil wir sagten, das war unser fairer Wert. Das ist aber jetzt zwei Jahre her. Ja, dann gingen sie auf 30. Jetzt ist sie wieder bei 18 gewesen. So, zwischenzeitlich ist aber eine Menge passiert. Ja, Berlin ist pleite. Man hat die Flotte übernommen. Man hat sich weiter expandiert. Das Unternehmen ist gewachsen. Das heißt, das Unternehmen ist jetzt mehr wert als 18. Also wenn man ein Unternehmen kennt, dann kann man natürlich auch mal traden. Aber traden heißt für uns nicht, diese Woche rein, nächste raus. Sondern heißt vielleicht, dieses Jahr rein, nächstes Jahr raus. Oder übernächstes Jahr rein, zwei Jahre warten, gucken, ob der Kurs sich wieder anpasst. Wieder rein. Also wir traden dann in Jahreszeitraum. Nennen wir traden. Aber das geht dann auch gelegentlich. Und daneben gibt es eben auch die Dauerinvestments. Die Immobilienblase ist da. Ja, wenn Sie in München oder auch in attraktiven anderen Regionen des Südens Immobilien kaufen, kaufen Sie zum 30-fachen. Würden Sie keine Aktie kaufen. Apple notiert zum 12-fachen. Da kaufe ich lieber die Apple-Aktie als die Luxuswohnung in München. Ganz einfacher Vergleich. Der hinkt aber nicht, sondern der ist ziemlich präzise. Und Deutschland ist zweigesteilt. Wir haben die Wachstumsregionen und wir haben die Schrumpfungsregionen. Und die Schrumpfungsregionen, also wenn Sie in Mecklenburg-Vorpommern kaufen oder in Teilen des Thüringer Waldes oder in Ostsachsen, können Sie ganz billig kaufen. Bleibt aber auch alles ganz billig. Das hat denn was mit der Demografie zu tun. Aber die guten Lagen sind natürlich schon extrem teuer. Und auch bauen jetzt, weil das Baugeld so billig ist. Die Baukosten sind natürlich in den letzten 5-6 Jahren um 60-70, 50-60, 70% gestiegen. Ja, Sie bauen jetzt sehr teuer. Sie finanzieren vielleicht billig, aber Sie bauen teuer. Aber das ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt für Immobilien. Hier sehen Sie, wie viel Unzen Gold ich zahlen muss, um einmal den Dow Jones zu bekommen. Der Dow Jones jetzt irgendwo bei 27, oder was. Ein bisschen weniger. Die Unze Gold bei 12, 1300. Wie viel Unzen Gold bezahle ich, rein fiktiver Wert natürlich. Also wie viel Mal ist die Unze Gold im Punktestand Dow Jones drin. Aber es sagt ja schon was, weil es zwei reale Vermögensklassen gegeneinander in Relation setzt. Die Unternehmensanteile, die Aktien und Gold. So, und hier konnte ich den ganzen Dow Jones für zwei Unzen Gold kaufen. In der Aktienblase 2000 musste ich 45 Unzen Gold hinlegen, um einmal den Dow Jones rechnerisch zu kaufen. Im Moment muss ich 20 Unzen oder etwas mehr hinlegen. Das heißt, Gold ist in Relation zu Aktien billig. Immobilien sind in Relation zu Aktien teuer. Also Immobilien ist die teuerste Asset-Klasse. Aktien sind angemessen. Was heißt, dass jemand, der sehr sorgfältig sucht, wie wir das hoffentlich tun, immer noch was findet. Also das ist keine Blase. Gold ist billig. Das heißt, tendenziell ist es keine schlechte Zeit, Gold zu kaufen. Es dümpelt zwar schon eine Weile, aber das ist eben so. Man weiß nicht, wann es dreht, aber irgendwann wird es drehen. Silber ist in Relation zu Gold wiederum billig. Wie viel Unzen Silber muss ich hinlegen, um eine Unze Gold zu kaufen? 80 Unzen Silber für eine Unze Gold. Das ist viel. Das war nur einmal höher Anfang der 90er, da waren wir bei 100 Unzen. Silber ist also nochmal viel billiger als Gold. Das Problem bei Silber ist, dass es sehr schwer ist. Wenn so eine Unze 300-400 Euro kostet, sagen wir 300, dann haben sie 10 Kilo, haben sie 3000 Euro, 100 Kilo 30.000 Euro, 100.000 Euro sind das schon 300 plus Kilo. Also da kann man nicht so mal eben mit türmen. Das heißt, Silber ist eine gute Ergänzung zum Gold, aber die Basiswährung ist Gold. Aktien werden langsam in Deutschland wieder etwas populärer. Hier sehen Sie die Zahl der Aktienbesitzer. Die war 2000 auf dem Höchststand, fiel dann kontinuierlich bis 2014. Jetzt 17 ist sie zum ersten Mal wieder etwas gestiegen. Und in der ganzen Zeit, wo die deutschen Aktien sich, hier waren wir bei 2,2, jetzt sind wir irgendwann bei 8 gewesen, oder vervierfacht haben, sind die Aktienbesitzer zurückgegangen. Das heißt, das Ausland hat sehr schön verdient an deutschen Aktien. Der ausländische Besitz an DAX-Aktien ist in diesem Zeitraum von 30% auf 70% gestiegen, wo sicherlich Leute wie BlackRock, Friedrich Merz dabei, nein, er will meinen Parteifreund nicht, also zweite parteipolitische Aussage, verzeihen Sie bitte, aber BlackRock ist da natürlich ganz dick im Geschäft, im Aufkauf deutscher Aktien, größter Aktionär in den meisten DAX-Konzernen. Also das Ausland hat an dieser Börse, an diesem Aufschwung massiv profitiert, wir Deutschen weniger. Wir fangen jetzt in Summe an, so langsam zu kaufen, aber im Prinzip hat man einen rückläufigen Trend. Ist schon schade. Und ich meine, manchmal überlegt man sich dann auch, bin jetzt seit 1998, ziemlich genau 20 Jahren unterwegs, mit dem Thema Deutsche kauft Aktien, hat es was gebracht, wenig, sehr nüchternd, sehr nüchternd, aber selbst jetzt ist es noch nicht zu spät, nur jetzt vielleicht mit Augenmaß und nicht mehr mit Vollgas. Und dann kann man sich dann überlegen, dass manche eben, die FAZ schreibt, die Lust auf Aktien könnten in Deutschen bald vergehen, nämlich die, die jetzt unüberlegt einsteigen. Und erst kürzlich haben die Menschen wieder mehr Geld in Aktien gesteckt, doch schwächere Märkte und eine hohe Inflation führen zu negativen Renditen, und vielleicht auch bald dazu, dass mehr Anleger wieder auf Nummer sicher gehen. Ja, und da ist das Wort vom Stupid German Money, was so ab und zu umgeht, nicht ganz falsch. In unserem Max-Otto-Vermögensbildungsfonds können wir flexibel agieren, wir können bis 49% Liquidität oder Anleihen machen, 51% müssen wir Aktienquote fahren, wir haben uns bewusst dafür entschieden, da kam also ein neues Reglementarium wieder von der BaFin, früher waren die Grenzen anders, aber wir können, wenn wir wenig finden, weitgehend aus Aktien rausgehen, es ist ein sogenannter Vermögensverwaltender Mischfonds, also für Einsteiger ganz gut, weil, auch nicht nur für Einsteiger, aber zum Ansparen, weil wir im Prinzip versuchen, diese Allokationsentscheidung zu treffen, also versuchen dann schon Geld vom Tisch zu nehmen, was uns in diesem Jahr zum Beispiel sehr gut gelungen ist. Wird uns nicht immer gelingen, aber hoffentlich gelingt es uns häufiger, als es uns nicht gelingt. Dieses Jahr zumindest war schon mal sehr gut. Und bis jetzt war ich ja neun Jahre Vollgas. Börse online am 26.03.2009, habe ich gesagt, das war der Tiefpunkt so ziemlich, fühle mich wie ein Junge im Süßwarenladen, wenn Verkäuferinnen und Eltern nicht da sind, rate allen, kauft Aktien. Neun Jahre lang maximale Allokation für Aktien, wir waren fast immer voll investiert. Und jetzt haben wir zum ersten Mal Anfang des Jahres gesagt, wir bauen Liquidität auf, bis zum Sommer 20 bis 40 Prozent haben wir gemacht, die Titel noch sorgfältiger ausgewählt, geschaut, dass wir Titel mit möglichst wenig Verschuldung gefunden haben und zum Teil auch verkauft haben und hatten dann 25 Prozent im Max-Otter-Vermögensbildungsfonds, bevor die Korrektur zuschlug. Und das bringt dann schon was. Wenn Sie das in der Finanzkrise gemacht hätten, also zum Beispiel zum 01.01.2008 Liquidität aufgebaut hätten, einmal von 25, einmal von 40 Prozent und dann, weil man das ja nie genau hinkriegt, willkürlich am 01.01.2009 wieder investiert hätten. Danach ging es ja nochmal kräftig runter bis März. Aber sagen wir mal, hier hätten wir wieder investiert. Dann hätte es ohne diese Liquidität, also der DAX selber wäre nach weiteren zwei Jahren noch 13 Prozent im Minus gewesen. Mit 25 Prozent Liquidität wären Sie bei Plus Minus Null gewesen und bei 40 Prozent Liquidität wären Sie schon wieder bei Plus Acht Prozent gewesen. Also auch wir werden die Schwankungen nicht ganz verhindern können, weil wir keine Derivate machen. Derivate sind teuer und wenn man sich falsch einsetzt, fressen Sie ganz viel Rendite und das auf den Punkt genau zu timen, ist schon sehr hohes, erfordert ein sehr hohes Selbstvertrauen. Wir glauben nicht, dass wir die Märkte so genau vorausberechnen können. Aber wir machen natürlich Liquiditätsmanagement. Wir können Krise. Das hier ist der Vorgängerfonds in der Finanzkrise. Wir sind hier mit den Märkten runter. Da hatten wir keine Liquidität. Das machen wir jetzt anders hoffentlich. Und nach der Krise, weil es so viele schöne billige Unternehmen gab, haben wir in den nächsten zwei Jahren um 46 Prozent outperformed. Das ist ja in jedem Chartprogramm ersichtlich. Das ist ja dokumentiert und ersichtlich. Ich mache zehn Minuten Pause, stehe Ihnen dann noch für ein paar Fragen zur Verfügung. Hier sind einige der Aktien, in die wir investiert sind. In der Zwischenzeit stehen Ihnen gerne die Herren von Fonddiscount und von Frühpartner, der Herr Wagner, zur Verfügung. Ich komme in zehn Minuten nochmal, um ein paar Fragen zu beantworten. Ich mache jetzt eine ganz kurze Pause. Dann bin ich wieder da. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.